Percy Dux III ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Dux trat bisher häufig in Fernsehproduktionen und Werbespots auf und ist durch seine Rolle als Wallace Fennel in der UPN-Serie Veronica Mars bekannt geworden. Leben Percy wuchs mit seinen drei Geschwistern Cardin, Selena und Ruben Dux in Long Beach, Kalifornien auf, wo er erst die US Middle High School besuchte und anschließend einen Abschluss an der Long Beach Polytechnic High School machte. Dux begann bereits mit 14 Jahren zu Schauspielern und trat seither in 25 Werbespots auf und arbeitete so unter anderem mit Shaquille O'Neal. Zusammen Der erste Film bei dem Dux 2001 mitwirkte, Blue Hill Avenue, gewann den ersten Platz des African American Film Festival. 2004 erschien Dux in der Reality-Serie MTV Made in einer Folge, in der Percy's Schwester Selena die Kandidatin war. Von 2004 bis 2007 spielte Dux in der Fernsehserie Veronica Mars als Wallace Fennel mit. Filmografie 1998 1998 Alabama Dreams 1998 In guten wie in schlechten Tagen 2000 Voll daneben, voll im Leben 2001 Blue Hill Avenue 2002 The Nightmare Room 2002 Family Law 2002 New York Cops NYPD Blue 2002 zu 2003 Boston Public 2004 MTV Made 2004 zu 2007 Veronica Mars 2008 American Sun 2008 In Plain Side in der Schusslinie 2008 Raising the Bar 2011 Southland 2014 Veronica Mars 2015 E-Zombie 1500 Albert 2012 mit 12 europe hep mise